Ja, ich denke, meine Rolle ist natürlich, dass ich der Werfer bin von der Mannschaft, aber ich habe auch andere Fähigkeiten, wo ich der Mannschaft helfen kann und ich versuche die natürlich jedes Mal in Szene zu setzen und auch was Rebounden angeht und Verteidigung ganz normal einfach 100% zu geben und so gut zu spielen, wie es geht.